Digger, das ist so ein Clip, wenn ich einen Dübel interessiert hätte, wäre vorbei. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem absoluten Lieblingskanal, wenn es um Anjulömeeps geht. Sie sind zurück, wir sind sehr gespannt, hier gibt es bestimmt ganz viele geile Sachen, guckt rein, aaaaaaah, los. Ich fand dich gut, ich muss mich nach den Twitch Clips, oh wow, Reichtung für 50, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Madame Stress, wirklich, vielen, vielen, vielen lieben Dank, muss mich erstmal wieder ans erhöhte Tempo hier erwöhnen, Anjulömeeps, aber schnell, ne? Aber wo Madame Stress, ich habe letztens, habe ich was auch bei Ebay ersteigert, bei einem Typen, der sich Stressi nannte, wo ich wirklich schon wegen dem Namen dachte, na mal gucken, wie das wird, war ganz unstressig, vielen Dank dafür nochmal, nice. Oh, tschüss. Oh Gott, oh Gott. Enough is enough. Enough is enough. Was? Enough is enough. Kirkland will offensichtlich Hot Dogs teurer machen. Ja. Hä, aber die war noch 1,50. Ja, noch. Hot Dogs ab nächsten Montag 2 Dollar oder so. Ja. Oder 1,55. Wow, ist der Wasser klar. Ja, tschüss. Oh. Oh, der kann weh, ich schief hin. Frag mal Jeremy Renner. Boah. War wat andere. Ha. Ja. I think he needs 5 more minutes. Ha. Möpse, alter. What's up, Ryan? Aaaaah. P***ole, Patschisos, Buscawens. Bubr, kurwa. Ja, p***ole, kebyde. Aber wir brauchen die, wir brauchen die russen Compilations zurück. Holen war das aber. Ich merke jetzt immer erst, wie sehr mir sowas fehlt. Ich musste nochmal sehen, guck mal, wie viel Spaß sie hatte. So eine Ostblock Compilation, ne? Richtig gut. Wie viel Spaß die polnische Ratte hatte. Bober, kurva. Bober, kurva. Wie viel Spaß? Ich liebe alle Tanagame. Hier, bober, kurva. Yo. Strong. Hördeas. Kio, boe, da achi, nao. Oh. Oh. Ich habe einen Klingel gekauft. Und der Monke? Ich bin stolz. Ich bin stolz. Sie sind alle großartig. Das ist ein Trauer mit, Ted. Also Monika ist drin? Das ist ja crazy. Geile Technik. Ja, das ist verrückt, man. Mit Lachen hat es Scheiße gemacht. stark renny was geht ich würde aber auch sein geben oh Gott sieg wohl auf die Kalle sieg wohl auf die Kalle oh Gott das Ding ist gone forever Mann oh 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 dick sehr dick keep hotdogs von Pissy ist ein Armatier das ist ein 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 das ist mein son ja vielleicht nein sie ist nicht dicker was gehen die ihren Tieren in Amerika wow wow nee naja warum du schaust den Mann den du liefst du wirst ja ja auch alter geil ne taube digger der teck ne taube was 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 oh oh hast du den Typen gesehen er ist verloren oh die alle laufen mal weiter ja So läuft ein Dackel-Fight, aber nicht normalerweise. Was? Hä? 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 Also ich muss jetzt für den Joke fragen, aber war da jetzt plötzlich ein Schwarzer? Ja, deswegen war die Weiß nicht mehr interessant. Haben sie sich deswegen umentschieden? Offensichtlich, ja, offensichtlich. Oder etwa so eine random GTA-NPC-Handlung, die einfach so stattfindet. Ich glaube, sie trennen sich. Was ist das gewesen? Ein fleißiges Eichhörnchen. War Nüsse, ne? Was? Oh, das ist süß. Geil. Das ist so ein Clip, wenn ich einen Dübel interessiert hätte, wäre vorbei. Alter. Wie random. Wie weit kann denn eine Katze sein? Ja, die war aber richtig, aber ich kann ihr auch sagen, was sie gesagt hat. Original so, hast du auch den Gecko gesehen, Alter? Das ist ein Gecko. Das ist ein Gecko. Disney Princess. Katze? Ja. Ey, Digga, Trickshots mit Mülltonnen, geil. Das sind jetzt beide. Ja, fuck. Der hat so Bock. Der hat so Bock. Das ist ein Knife. Ein Knife. Kein Knife. Es ist ein Knife. Ey, ist das mit Jim? You're not meant to eat. It's Bro-Tea. Don't worry about me. Don't worry about me. Roxy. Baby. Hey. Wir. Heute. Ja, es war. Waren wir drei heute. Where's the rest of my fucking food? Was? Die haben ein Restaurant aufgerissen und sich nen Gag gemacht. War geil. Und die Katze tötet das Garninchen. Nein. Es gibt jetzt 239. Haben wir die auch verpasst oder war die schon länger her? Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Auf jeden Fall. Wir haben auf die ein oder andere Anduschel-Memes reagiert. Also guckt doch mal auf unserem Kanal vorbei. Daumen hoch. Abonnieren. Und danke bis gleich.